So, Jungs, seid ihr ready? Ähm, nein bin ich nicht. Und nicht, Skala von 1 bis 10, wie gut ist das Spiel? Schmerz. Okay, das ist der Ort. Find einen Weg in und check das ganze Haus. Oh mein Gott, da geh ich nicht rein, Alter. Doch, doch, geh mal. Komm, komm, komm. Hier, hier. Jetzt geht er rein. Check the side of the house. Looks like there is an engine to the basement. Viel Spaß, Jungs. Bleiben sie draußen. Was hier? Wir brauchen einen Kellerschlüssel. Alter. Da ist eine Puppe. Boah, ich hasse es jetzt schon, Alter. Alter, du hast die Puppe in der Hand. Junge Mann, schrei doch nicht so, ich hab mich überschrocken. Warum muss ich eigentlich vorhören? Oh, 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 oh. Junge, was? Können wir bitte aufhören? Ey, ich sterbe hier dann einen Herzefuck heute. Alter, die Puppe! Alter, die Puppe! Die ist hoch! Was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Die Puppe steht hier vorne. Ey, du hast die Puppe, du musst vor. Jetzt geh weg mit der scheiß Puppe, Alter. Wanderer, du bist ein Schuss. Mother ver000er, der ist der Wanderer, die sie in die Gruppe zu Hause! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh my god, so boring. Oh, 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 oh! Alter, du bist. Alter, wenn ich wegen euch morgen nicht zur Nachtschicht gehen kann, ich f*** euch Alter Oh nein, die ist hier Oh nein, die kommt, die kommt, die kommt Geil Ey, hier ist ein Schlüssel, du darfst immer Schlüssel Du bist eine Puppe? Ich bin eine Puppe, Alter Hier, ich komm zu euch, Alter, hallo Warum bist du jetzt eine Puppe? Erstmal im Zornmodus sucht es sich seine Opfer, um es in Puppen zu verwandeln Alle Spieler popen, ist das Spielvorbild verloren Mit dem Ofen im Keller, mit dem man die verfluchten Puppen verbrennt, können die Spieler aber auch wieder entflucht werden Ah, Jungs, ihr müsst mich entfluchen Wie sollen wir das denn machen? Ihr müsst eine Puppe verbrennen im Keller, ja, das heißt, ihr müsst mit dem Holz zu irgendeinem Ofen im Keller Ich glaube, ich hab einen Kellerschlüssel Hier, der Kessel ist offen, du musst da Holz reinlegen Jetzt musst du da eine Puppe reinschmeißen Ich bin raus, Alter Ich komm gleich wieder, muss mal kurz aufs Klo Komm, Horny hat sich in die Hose geschissen, Alter Der Heizkessel benötigt Holz, um zu brennen Diese scheiß Frau ist gekommen Ja, hat sie dich? Ja, ich bin klein Warte, Horny, komm mit Hier ist noch so eine kleine Puppe Hier, geh mit Oh, da war sie Da war sie Ich geh Jungs, einer muss von euch herkommen Ihr müsst euch wiederbeleben Der Heizkessel muss brennen, damit du dich wiederbeleben kannst Oh, hier liegt ein Schlüssel Haustierschlüssel Haustierschlüssel, damit können wir wieder raus Ja Hier, das ist hier, komm her, komm her, mach auf Dann können wir außen rumlaufen Ich steh vor der Tür Mach den Ofen an Nach den zwei Mal Jumpcare, ich kann mich gar nicht mehr schocken, Alter Jogi, das war das dritte Mal, dass ich die scheiße Jumpcare hatte Kann ich sich jetzt mal bitte verpissen Ist jemand noch da drin? Ja Jetzt ist sie raus Jetzt läuft sie raus Geht nur Jetzt raus Tschüss, den du machst, ne? Nein, der ist hier, der hat versteckt Keine Kinder Ich will jetzt raus, 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 raus Wo seid ihr? Keine Ahnung Oh! Mann, Alter Wer ist das hier? Wer ist das hier? Wer bist du das? Wer ist das? Wer bist du das? Wer bist du dich doch? Du bist Penner, Alter Alter, die... Jetzt ist sie weg. Ich stehe immer noch hier. Ah! Was? Was? Weißen Sie nicht? Ich hab noch nicht da sitzen. Ja genau! Ich hab noch nicht da sitzen. Ich habe noch nicht da sitzen. Können wir bitte ausmachen? Ey, Horny, wir müssen noch eine Puppe oder zwei Puppen. Jetzt macht nicht diesen, ne? So, nach oben, los geht's. Ich bin nach dem Dachboden. Hast du jetzt mal einen Jumpscare gekriegt? Ich bin doch voll schnell, Alter. Jungs! Wo bist du denn? Hilfe, ich bin in der Küche. Da, wo es die Kellertrimme runter geht, Hilfe. Ich wollte so was nicht sein, Alter. Ah! 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 Ich bin der Letzte. Wo ist denn der? Junge, Alter. Das Spiel macht mich fettig. Ich wollte grad hochkommen zu euch, dann lief die vor mir aufm Flur, Alter. Junge! Nachdem die Rituale abgeschlossen waren, verbrannten Stecken im Keller. Branden sie im Heizkürtel. Die sorgte dafür, dass ihre Kinder das nächste Zeitgeräusche haben. Das Ding ist, wir sollten das Spiel natürlich mal lesen. AAAAAAAH! Was ist das? Alter! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg, Jungs! Der blick! AAAAAAAH! Da kommt noch mehr! Ich bin im Ofenraum. Kommt her! Ah, ich hab kein Holz. Doch, hab Holz. Kommt her! Kommt! Ja. Perfekt. Oh, ich leg die Truppe rein. Oh, die Tutsch geht's hier! Alter, die leuchtet rot! Wie, die leuchtet rot? Die hat rot geleuchtet, Junge! Die leuchtet übel rot! Wo, wo ist die letzte Puppe? Irgendwo im Haus! Hahaha! Ok, 3, 2, 1, jetzt komm! Wo seid ihr? Achtung, hinter euch! Hugas, läuft vor! Ja, bin ich auch dafür. Also, Hugas. Komm aus dem Arsch ziehen und los! Wir laufen den hinterher, da wo du innen bist. Ich hab die Puppe! Ich hab die Puppe! Hol sie dir! Hol sie dir! Holz, 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 Holz! Warte auf, die kommt runter! Die kommt runter! Die kommt runter! Die ist tot! Sie liegt hier! Hey! The front door is just opened! Ja, ich nehme jetzt mit! Die Haustür hat sich geöffnet! Komm mit hoch! Ja, die muss mitnehmen! Komm mit hoch! Wo sind die Haustür? Ah, hier! Ja, nee! Komm mit! Wo seid ihr? Auto wahrscheinlich! Hier ist das Auto! Oh! Great job, everyone! Let's get out of here! I know, I know, I know, I know! Oh! Oh, Jungen, oh no! We've been studying her and running some experiments. She is really home. They put this one on, dude. So, for your next job, there was a house that a couple died in. The Withers residence. A former pizza delivery man says there's definitely something- It's good for you. Good, Chad! Wie gesagt, bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Abend. Können wir gerne wieder machen. Mal gucken, was ich mir als nächstes überlege. Oh nein, wir haben das mehr als zwei... Ne, wir haben das 114 Minuten gespielt. Eigentlich können wir das noch zurückgeben. Weitere. WDR mediagroups. Weitere. WDR mediagroups. 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 WDR mediagroups.